Musik Der Name Wagnis leitet sich ab von Wohnen und Arbeiten in Gemeinschaft, nachbarschaftlich, innovativ und sozial oder selbstbestimmt, je nach eigener Stellungslage. Und darin ist das ganze Programm Mehrgenerationen wohnen, nachbarschaftliches Zusammenleben, jung und alt, gefördert und nicht gefördert, freifinanziert, behindert oder nicht, eigentlich schon zusammengefasst. Wir versuchen, dem gesellschaftlichen Trend ein anderes Miteinander, mehr gesellschaftliche und natürlich individuelle Verantwortung gegenüberzustellen und eine Architektur zu prägen, in der sich die Menschen wohlfühlen und auch angeregt werden, ihre verschiedenen Talente miteinander so auszuleben, dass man gemeinsam wachsen und sich dadurch auch gemeinsam bereichern kann. Wir planen vorher zusammen und die Gemeinschaft entsteht quasi, bevor wir überhaupt einziehen. Und jetzt sind wir eingezogen und das Dorf oder unser Projekt funktioniert von Anfang an. Also wir haben jetzt schon eine funktionierende Nachbarschaft. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.